Gehe in den Unterarmstütz und hebe abwechselnd dein rechtes Bein und deinen linken Arm bzw. dein linkes Bein und deinen rechten Arm im vorgegebenen Takt bis auf Gesäßhöhe an. Dein Oberkörper und deine Beine bilden eine gerade Linie. Führe diese Übung zweimal mit jedem Bein und jedem Arm aus. Nachdem du die Übung abgeschlossen hast, hast du 30 Sekunden Pause. Danach wird die Übung wiederholt. Und dann wird die Übung wiederholt. Und dann wird die Übung wiederholt.